Hallo und herzlich willkommen zum ersten Skylines Samstag. Ich hoffe, ich bekomme das Ganze wirklich so hin, dass ich an dem Samstag, in dem das Skylines rauskommt, auch aufgenommen haben werde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe ja meist Samstags morgens Zeit, aber nur meist. Und dann kann ich entsprechend frühmorgens Skylines aufnehmen, dann im etwas späteren Morgen Skylines schneiden und am Abend ist es dann raus. Ich hoffe, das klappt alles soweit. Ich verspreche natürlich wie immer nichts, denn es kann auch sein, dass ich irgendwann keine Zeit, keine Lust oder sonst was habe und dann kommt es halt nicht. Ja, ohne weiter groß zu quatschen, möchte ich jetzt direkt anfangen. Ich weiß gar nicht, welche Map wir mal nehmen. Ich habe mir noch ein paar extra runtergeladen hier. Köln, Hamburg, Frankfurt, Essen, ein paar deutsche Städte, Cadiz aus Spanien und die habe ich mir auch noch runtergeladen. Die habe ich aber noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, wir nehmen einfach mal ganz banal die zwei Flüsse und fangen mal an. Ja, Skylines nimmt ja tatsächlich jetzt so ziemlich jeder auf. Deswegen habe ich jetzt sehr, sehr lange mit mir hadern müssen, ob ich überhaupt Skylines aufnehmen soll und ob das Sinn macht und überhaupt. Es ist ein bisschen laut. Ich kann mich ja noch runter- oder aufregeln. Ja, wie gesagt, ich habe lange mit mir gehadert. Nehme ich überhaupt auf? Nehme ich nicht auf? Macht das Sinn? Jetzt machen es alle. Und ich dachte mir, das Spiel macht ja Spaß. Mach, was du willst. Ja, und das mache ich auch. Ich möchte gar nicht so viel erzählen. Viel ist ja quasi schon raus. Ich möchte einfach ein bisschen bauen. So war das. Ich habe tatsächlich ein paar Tage schon nicht mehr gespielt, weil ein paar andere Spiele dazwischen gekommen sind und weil auch so ein bisschen das Leben quasi reingekommen ist in mich sozusagen. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Deswegen habe ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Machen wir mal so. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Von daher hier ungefähr. Ja, so war das halt. Mit Leben und so. Achso, wir brauchen das hier. So, jetzt haben wir eine große Straße. Quasi schon mal. Das sieht nicht sehr professionell aus, aber schon mal eine Auf- und Abfahrt. So, und dann möchte ich gerne folgendes tun. Und ich möchte hier, ja, hier möchte ich Industrie haben. Obwohl, jetzt ist die Frage, möchte ich da wirklich Industrie? Ja, ich glaube, ich möchte da Industrie haben. Dann möchte ich hier einmal, wie viel haben wir denn noch? 60.000, das ist nicht mehr viel. Hier möchte ich Verkauf und hier erstmal Wohngebiet. Oh, das ist völlig falsch. Meine Güte. Natürlich kriegen wir nicht alles zurück und so. Naja, es ist halt so. Habe ich jetzt einen schönen Fehler gleich zu Anfang reingehauen. Viel zu große Straßen errichtet. So, das Wohngebiet soll in zwei Richtungen gehen. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Wir machen es so ein bisschen nach Schachbrett. Aber irgendwann halt auch entsprechend nicht mehr, wie ihr gerade seht. Das heißt, so ein paar Küffchen und so kommen in die Wohngebiete rein. So, ich finde das ganz nett. Hier machen wir mal eine ganze Kreuzung quasi draus. So. Ja, das sieht doch annehmbar aus. Da kommen jetzt die Wohngebiete erstmal hin. Und hier könnten wir dann später auch noch ein paar so Fingerchen machen. Also viel Geld haben wir gar nicht mehr. Okay. Hier kommt jetzt so. Nein, das war zu weit. Verdammt. So. Jawohl. Naja, ist nicht perfekt. Aber auf jeden Fall selten. So. Einmal den hier und den hier. Und das klappt schon mal nicht. Ja, genau. Wir machen es einfach so. Hier machen wir auch ein paar Finger einfach rein. So. Okay. Schritt 1 getan. Strom. Ähm. Nicht so gut. Wo haben wir denn mal 8 Megawatt? Komm schon. Ich möchte jetzt eigentlich nicht da. Und auch nicht da bauen. Aber so ist es wenigstens direkt an der Industrie. Äh. Wasser. Ab. Wasser. Ab. Wasser. Ab. Wasser. Ab. Wasser. Äh. Dieses hier. Ähm. Wisst ihr was? Ich packe das erstmal hier hin. Dann ist es schön nah. Man kann es ja noch versetzen. Und die Verschmutzung, die geht schon weg. So. Jetzt müssen wir möglichst versuchen, entlang der Straßen zu bauen. Achso. Ich dachte schon. Was ist denn jetzt los? Kein Geld mehr, oder was? So. Geld geht natürlich ordentlich runter. Wir kommen mal von hier. So. Jetzt dürfte alles abgedeckt sein. Ich mache das gerne so. Ähm. Weil ich bin der Meinung, dann verbrauchen wir etwas weniger Geld. So. Einmal Strom von da. Und da dürfte erstmal Strom kommen. Okay. Ähm. Wir haben erstmal alles. Ich baue jetzt, oder ich richte jetzt Wohngebiete ein. Damit die Leute wenigstens schon mal einziehen können. Ja. Oh, Mist. Dann verdienen wir ein wenig Geld. Und ich mache das Ganze mal auf schnell. Dann kommen die Leute auch entsprechend schneller. Wasser. Wir haben noch gar kein Wasser, ne? Also. Abwasser, ja. Aber Wasser an sich nicht. Äh. Nicht gut. Nicht gut. Äh. Direkt zum Abwasser ist eigentlich doof, ne? Da so drauf. Müsste doch eigentlich funktionieren. Dann läufst du im Normalbetrieb. Jawohl. Sehr schön. So. Wohngebiete sind zugewiesen und füllen sich. Njöp. Njöp. Ist ein bisschen seltsam hier mit dieser Kurve. Aber das passt schon. So. Hier werden wir das einmal so machen. Ist etwas leichter. Und die Industrie bekommt auch einfach so ein Viereck reingezimmert. Zack. So. Läuft. Äh. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Fingerchen machen. Im Moment ist noch ziemlich mau mit Geld. Es geht so langsam aufwärts. Beziehungsweise weniger abwärts. Klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch. Aber das ist, äh. Ist halt so. Aber ich verlängere erstmal hier die Straße. Unsere Finger Street. So. Äh. Machen wir mal den Finger in die Richtung. Zack. Zack. So. Blöp. 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 So. Da können dann noch ein paar Wohngebiete hin. Aber ich warte jetzt erstmal, oder? Ja. Das sieht schon besser aus. Also wir hatten vorhin 800 minus. Äh. Das ist jetzt weg. So. Verkehr staut sich hier ein bisschen. Könnte eigentlich das hier noch weg machen. Da ist ja noch nichts. Dann kann sich da auch erstmal nichts stauen. Weil da keine Kreuzung ist. So. Und die fließen alle sehr schön in diese Finger. Das ist, finde ich, eben das Gute. Das hatte ich gestern erst gesehen. Dass man so, ja, die Wohngebiete organisieren kann. Dann kommt es in den Wohngebieten schon mal nicht zu Stau. Und man lernt ja immer mehr, ne? Ach so. Das kann ich noch gar nicht einsehen. Aber hier in den Geschäftsgebieten, oder in den Verkaufsgebieten, ist natürlich gerade durchs Anliefern und Abliefern und so weiter, der Lärm sehr hoch. Und, ähm, das haben wir so halbwegs vermieden. Also hier ist zwar Lärmbelastung, und die werden das bestimmt auch noch mitkriegen. Aber halt nicht so extrem, äh, ja, als wenn zwischen den Wohngebäuden kleine Läden wären. Das ist zwar in Wirklichkeit so, und es stört wahrscheinlich auch niemanden wirklich. Aber in diesem Spiel ist das so, und sorgt doch für ordentlich Unmut bei den Bewohnern meiner Stadt, die ich überhaupt nicht benannt habe am Anfang. Ich habe einfach das Gebiet so belassen. Ähm, fällt mir jetzt erst ein. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn ich würde vorschlagen, wir benennen die Städte quasi nach und nach. Sobald wir das machen können, wir können das ja auch eh noch nicht, ne? Wir werden 850 Leute müssen wir haben. Ähm, ich würde vorschlagen, wir versuchen so ein bisschen, ähm, a la Ruhrgebiet. Weißt du? Dass die Stadt sich zwar so ausbreitet und nicht wirklich, herzlichen Glückwunsch, kleiner Weiler. Ähm, dass sie auch größer wird und neue Stadtteile dazukommen. Aber, dass es dann einzelne Städte sind, sozusagen. Das heißt, das ist jetzt hier unser erstes Städtchen. Ähm, und das wird, weiß ich nicht wie, benannt. Vielleicht gibt es ja Vorschläge. Ansonsten denke ich mir was Lustiges aus. Und dann sagen wir mal, hier unten kommt noch eins hin. Und wir haben ja auch noch jede Menge andere Sachen. Also dann kommt hier zum Beispiel, äh, Salt Lake City oder irgend so eine Scheiß, ähm, irgend sowas hin. Und, und, und. Also, dass wir die versuchen, die Städte so ein bisschen auseinander zu ziehen. Und außerhalb, ähm, der jeweils anderen zu gründen. Dass die nicht direkt aneinander sind. Und, dass die dann einzeln benannt werden. Die können gerne zusammenwachsen irgendwann. Das ist, ist einfach so. Ähm, ja. Aber mehr erstmal nicht. Deswegen ist das Gebiet, wird das einfach so belassen. Es ist quasi jetzt Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Und da entwickeln sich ja auch verschiedene Städte einfach. So, ähm, wie sieht's aus? Wir sind jetzt kleiner Weiler. Können wir schon? Nein, können wir noch nicht. Schade. Äh, warum ziehen eigentlich keine Leutchen mehr ein? Warum? Warum, 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 warum? Habe ich wieder auf langsam gemacht? Oh, das tut mir leid. Ist natürlich nicht so prickelnd. Äh, und hier haben wir auch noch gar kein Wasser, ne? Ziehen wir mal von hier das Wasser runter. So. Dann folgen wir hier so der Straße mal. Und hier müssen wir so der Straße folgen. Und dann passt das. Joa, wir brauchen noch ein paar Geschäfte. Die Nachfrage dazu ist gekommen. Ähm, und wir haben 1100 plus und wieder auf 33.000. Also wenn man in diesem Spiel einfach mal ein paar... Oh, Tatsache. Achso, wir haben zu wenig Strom. Dann ziehen wir mal von da noch eine Leitung rüber. Dann geht das schon wieder, weil der Gesamtstrom ist... Ja, doch, ist in Ordnung. Ähm, so. Dann werden wir mal hier ein Gebäude hinzimmern. Und eventuell werde ich auf dieser Seite jetzt einfach mal... Oh, die Industrie ein wenig vergrößern. Äh, nee. Die Straße erweitern. Und dann können wir eigentlich hier noch so ein Fingerchen mal sehen, ob das funktioniert und nicht irgendwann zu Stau führt. Ansonsten bauen wir das halt alles um. So, da haben wir jetzt ordentlich Industrie. Ein bisschen Gewerbe brauchen wir auch. Zimmern wir dann entsprechend einfach hier hin auf die andere Seite. Plöp. So, und dann brauchen wir wieder Wohnungen. So, der Strom wird aber jetzt tatsächlich knapp, weil wir einfach viel zu wenig Strom produzieren. Äh, war eine blöde Idee, da im Industriegebiet direkt anzufangen mit dem Strom. Oh, ja, passt so. Und wir brauchen natürlich auch eine Müllentsorgung. Und die Müllentsorgung, die schmeißen wir mal. Bö, 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 bö. Na. So. So. Und dann gerade, gerade so. Die Müllentsorgung kommt jetzt hier hin, ganz an den Rand der Stadt. So. Das ist schön. Wir brauchen immer noch ein paar Geschäfte, aber die ziehen auch... Ui, 850 haben wir. Was wollt... Ach ja, genau. Dann können wir ja jetzt Gebiete benennen. Hm. Kann man denn mal so ein Städtchen benennen? Hm, ich weiß es nicht. Äh, ich würde mich freuen, wenn vielleicht die zwei, drei Zuschauer, die ich habe, also die aktiven Zuschauer, die ich habe, äh, Vorschläge machen würden, wie wir hier das erste kleine Dörfchen, nenne ich es mal, benennen. Wenn es da irgendwelche Ideen gibt, dann immer raus damit. Ähm, ein bisschen Nachfrage nach Arbeitern. Wenn ich das richtig sehe. Und wir haben auch... Ah, doch. Wir haben eine Nachfrage nach Wohngebiet. Würde ich einfach mal sagen, wir machen hier so eine T-Kreuzung draus. So. Ja, die Straße muss ich da erstmal lassen. Ist zwar ein bisschen blöde da, aber... Naja, was soll's. Äh... So. So. Und... So. Ja. Doch. Das erscheint mir sinnvoll. Ist jetzt wirklich komplett nach Schachbreit-Muster, aber was soll's. Ist ja... Schachbreit ist auch nicht immer schlimm. Schachbreit ist aber tatsächlich nicht so effekt... Ach nee, Moment. Äh, weg. Äh, Schachbreit ist tatsächlich nicht so effektiv. Ähm, ich hab letztens... Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Dann schmeiße ich den in die Beschreibung. Ähm, ich hab letztens... Ähm, kleine Seite gefunden, wie sich so Städte entwickelt haben. Und wie die USA das beispielsweise vielfach gemacht haben in ihren Städten. Und die sind ja auch nicht teilweise auf die Schnauze gefallen mit diesem Schachbreit-artigen, ne? Guck mal, hier wird's schon wesentlich voller. Die Leute parken da natürlich auch wie Sau. Ähm, das möchte ich jetzt hier oben bei dem Schachbrett vermeiden. Und zwar deswegen... Äh, Moment. Ich erläutere das gleich, sobald ich hier Wasser verteilt hab. So. Äh, und zwar deswegen hab ich... Moment, so sieht man's. Die Wohngebiete wirklich auf diese Straßen gesetzt. Und nicht hier an die große Straße. Hier ist wirklich nur zum Fahren. Mal schauen, ob das klappt. Äh, ob ich das so hinbekomme. Und so, ne? Äh, so. Wir können auch wieder hier ein bisschen Strom entfernen. Beziehungsweise die Strom basteln. Kommt das hin? Jo, passt. Passt so. Äh, hier auf dieser Seite, da ist noch keine Industrie hingezogen. Warum nicht? Vielleicht, weil die noch kein Wasser haben? So. So. Wie sieht's aus? Wollt ihr jetzt da hin, oder? Nö. Ich hab aber auch wieder auf langsam aus irgendeinem Grund. Ich glaub, das war durch die Erfolge, ne? Dass ich da wieder auf langsam bin. Nicht gut, nicht gut. So. Ähm. Ich könnte natürlich einfach provisorisch erstmal das Gebiet irgendwie benennen. Äh. Äh, das Problem ist nur, wenn ich das Gebiet jetzt benenne und dann Richtlinien für die verschiedenen Gebiete festlegen möchte, muss ich die ja nochmal benennen. Ähm. Äh, ich kann natürlich das Gebiet erstmal so markieren. Ähm. So. So. Wollt. Wollt. So, das ist jetzt... Ah, das ist ja viereckig, ne? Naja. So. Das ist jetzt unser erstes. Das ist Talhöhen, offenbar im Moment. Ähm. Allerdings müssen wir natürlich das, das beenden, äh, noch, ach, beenden. Noch irgendwie, ja, beeinflussen. Einfach, weil... Moment. Strom. Warum habt ihr keinen Strom? Achso. Natürlich. Hier ist ja keine Verbindung. Die Verbindung machen wir mal. Hoffen wir, dass da welche hinziehen. Ähm. Denn das Wohngebiet wird andere Richtlinien bekommen später als, äh, die Geschäftsviertel hier. Und ich glaube, wir haben Strommangel, wa? Wie sieht's aus? Uh, ja, kurz vor, kurz vor Ende. Ähm. Jaja, die Wohngebiete werden andere Richtlinien als Industrie und Einkaufspassage und so weiter bekommen. Von daher, ähm, müssen wir da sowieso was tun. Aber erstmal heißt das Ganze Talhöhen. Moment, wie benenne ich das nochmal? Äh, wobei ich würde sagen, Wow, scroll, scroll, ähm, Amaki, mit ii, heißt das jetzt erstmal, passenderweise, man benennt ja immer seine Städte nach sich. Ganz egoistisch. Äh, das ist blöd. Mist. Das habe ich nicht bedacht. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich mache dann einfach noch Finger. So. Entsprechend. Und hier werden wir auch keinen Strom kriegen. Ach, das war eine blöde Idee. Weißt du, was wir machen? So. Den hier. Fertig. So sieht's schön aus und so kommt da auch bald Stroh hin. Na, seht ihr? Schon ist Stroh. Äh, Verkehr machen wir da später. Jo. Ähm. Erstmal heißt es Amakari. Wir haben noch keine Feuerwache und da ist es am Brennen wie Sau. Äh. Das ist nicht so gut. Hm. Gut. Gut oder auch nicht gut. Ich möchte mal eigentlich was versuchen. Und zwar haben wir wieder auf langsam, aufgrund von Dingen. Äh. Äh. Erstmal machen wir mal eine Feuerwache. Feuerwache. Hm. 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 Die Abdeckung ist nicht optimal. Wenn ich die hin und hier hinsetze, ist für das Industriegebiet sehr gut. Aber sonst nicht so. Äh. Wir versuchen mal noch was, bevor die Folge hier endet. Ah. Seht ihr? Ich hab mir tatsächlich einen Wecker gestellt, der war aber gar nicht dafür. Ähm. So. Hier kommt jetzt mal eine Einbahnstraße hin. Äh. Und zwar geht die so. Und. Dann machen wir auch hier oben eine Einbahnstraße dahin. Das ist jetzt erstmal komisch. Ähm. Sinn der ganzen Aktion soll eventuell sein. Hier müssten wir dann noch eine große Straße irgendwie reinkriegen, die nach da oben führt. Am besten diese hier verändern. Ähm. Sinn des Ganzen soll sein, dass alle, die ins Industriegebiet rein wollen, nur hier reinfahren. Hier können sie sich bewegen, wie sie wollen. Und wenn sie raus wollen, müssen sie hier durch das Geschäftsviertel, beziehungsweise das Einkaufsviertel, und liefern dann gleichzeitig ihre Waren ab. Das heißt, theoretisch kommt es zu einem Fluss des Verkehrs hier in diese Richtung. Also, das ist aber nur meine Theorie. Und außerdem haben wir dann auch, wenn ich das Feuerwächlein hier hinsetze, eine recht gute Abdeckung für Industrie und Gewerbegebiet. So. Das sind meine Gedanken zu diesem ganzen Thema. Ähm. Stromleitung mal dahin. Und hier abreißen. So. Strom dürfte fließen. Hier auch. Ja. Perfekt. Perfekt oder auch nicht perfekt. Ähm. Das ist der Anfang unserer Stadt. Das stört mich da wahnsinnig übrigens. Meine Güte. Das musste weg. Äh. Ja. Also, ich denke, diese Stromschiene hier wird quasi noch bleiben. Obwohl, eigentlich haben wir doch hier... Ja, wir haben da verbunden, ne? Andererseits wird der Strom von da nicht hier rüber geliefert. Okay, ich nehme es zurück. Ich wollte das gerade killen, aber... Ich habe mich anders entschieden. Ja. Ähm. In diesem Sinne, das ist unser kleines Städtchen Amakari. Ähm. Haben wir eigentlich schon bekommen, dass wir... Ja, wir können schon ein nächstes Gebiet kaufen. Wie gesagt, die Folge geht am heutigen Tage. Also am Samstag, den 11. April, sollte die Folge gegen 18 Uhr, hoffe ich, raus sein. Ne? Wenn alles geklappt hat, mit Schnitt und überhaupt, dann ist die Folge heute Abend raus. Und, äh, entsprechend könnt ihr mir jetzt in diesem Screen quasi sagen, welches neue Land soll ich kaufen. Soll ich hier direkt das andere Ufer kaufen? Ähm. Soll ich hier den Norden kaufen? Da kommen wir, glaube ich, dann zu einem See. Ich könnte auch hier diesen See kaufen und den einfach zu unserer absoluten Müllkippe machen. Das heißt, alles ab, was er da rein, damit der Fluss schön sauber bleibt. Äh, all das ist möglich. Und, ähm, wir gucken einfach mal von hier. Hatten wir nicht noch einen See irgendwo hier in der Gegend? Äh, ich dachte, irgendwie dachte ich, wir hätten noch einen See gehabt. Egal. Oh, der Strom wird knapp. Kann das? Jawohl. Ähm, das ist meine letzte Aktion. Zack, Strom. Ja. Sagt mir, welches Gebiet soll ich kaufen? Quasi aus diesem Blick. Dieses mit dem See. Das andere Flussufer. Einfach den Süden dazu. Oder hier den zweiten Fluss quasi noch dazu kaufen. Die vier Möglichkeiten haben wir. Ähm, sagt was, ansonsten mache ich einfach. Ne? In diesem Sinne. Ich speichere jetzt. Und, äh, wir sehen uns dann später. Irgendwann. Nächste Woche wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal.